Ah, vielleicht kann man den Ring irgendwo an den Sack, oh fuck, ich geh da nochmal hoch. Ja. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass man da oben noch was machen kann. Ich probier's jetzt trotzdem nochmal. Naja, aber warum nicht? Schauen wir mal ins Lösungsbuch, oder? Weil irgendwie sind hier so viele tausend Sachen, die man machen könnte. Okay, da waren wir schon. Äh, okay, Schlafkommunoschild und Schwermischange. Goldmünze mit Zange, Zange mit Goldmünze mit Feuerstelle kombinieren, Zange mit glühender Goldmünze mit eisernen Jungfrau verwenden, Zange mit glühendem Goldring mit Becher voll Wasser. Voll Wasser benutzen. Das war's. Und wo kriegen wir Wasser her? Wir müssen jetzt wieder zurückfahren und dann an die Wasserstelle. Ich hab noch gesagt, wahrscheinlich müssen wir Wasser in dem Becher füllen, als wir in der Kneipe standen. Ja, da war Wasser drin und dann hab ich ihn aber in dem, und dann haben wir Salz gekriegt, aber wir müssen ihn wieder befüllen. Das war, vielleicht war das auch der... Und da muss man unbedingt, kann man da nicht im Keller unten das grüne Stinkwasser nehmen? Nein, es gibt keine andere Wasserquelle. Wir müssen wieder zurück. Das ist ja das Dumme. Kann man sich wenigstens zehn Minuten im Regen stehen lassen einfach. Ja, eben. Das ist ja das Blöde. Wir fahren jetzt mit einem Boot wieder über einen See zurück, um dann hier Wasser zu benutzen. Ja, aber gut. Das ist halt dänisch. Zum Glück geht das ohne Cutscene. Das ist ja kein Problem. Ja, zum Glück, zum Glück. Okay. Ist schon geil. Wir fahren mit... Das ist echt super. Wir fahren mit dem Boot den ganzen Weg über den Ozean. Ja. So, jetzt haben wir einen Ring. Aber was machen wir jetzt mit dem Ring? Damit wir dann am anderen Ufer... Ich meine, es geht vielleicht nur mit dem Wasser von dieser Uferseite. Das Wasser auf der anderen Uferseite stinkt vielleicht irgendwie oder so. Keine Ahnung. Ja, wer weiß. Vielleicht ist es auch Säure. Hallihallo. Guck, komisch. Jetzt haben wir den Stream neu gestartet. Jetzt sind alle, die vorher da waren, weg. Aber dafür kommen ganz viele neue. Vielleicht ist es in den letzten zwei Stunden einfach nie passiert, Semi. Vielleicht. Oder wir haben irgendwie die Stream-Dimension gewechselt. Ja, vielleicht. Nee, verdammt. Jetzt bin ich falsch reingelaufen. So, ich muss wieder zurück. Weil jetzt müssen wir den Goldring mit der Statue nämlich benutzen. Genau, das spezielle Spezialwasser. Genau. Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben, als der Stream abgestürzt ist, wahrscheinlich ist der abgestürzt, weil wir irgendwie wieder die... Weil wir wieder zurück zur Other Side gegangen sind. Jetzt sind wir hier im Upside Down. Ja, genau. Okay, verstehe. Ich verstehe. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Genau. Und jetzt müssen wir da runter. Die Zugbrücke. Es ist wirklich hier so eine Resident Evil Villa. Oder Alone in the Dark Villa. Alone in the Dark ist wahrscheinlich... Tatsächlich. Ist das so lustig oder ist das irgendwie so... Ja. Das ist so toll. Naja, okay. Nische untersuchen. Ein kleiner Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Schau mal nach, ob ein Schwert oder ein Schild eingraviert ist. Nee, warte. Kleine Schlüssel kann man quasi nur einmal für spezielle Räume benutzen. Wir haben nämlich... Hätten wir Chill genommen? Bräuchten wir die nicht. Ah, okay. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Aber ist da sonst noch was? Ah, okay. Wir müssen praktisch das aufmachen und dann auch das aufmachen. Das heißt, wir müssen zurück. Wir müssen den Schlüssel irgendwo benutzen. Und ich könnte mir schon vorstellen, wo. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Ich kann mich an keine Tür oder irgendein Schloss erinnern oder so. Ja, es ist auch keine Tür und kein Schloss. Aha. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir ihn benutzen müssen. Okay. Bin ich gespannt. Wir müssen zurück. Ach, das ist wirklich dieses ganze Hin- und Herlatschen, ey. Vor allem, wenn die Steuerung irgendwie so doof ist. Wenn die wenigstens ein bisschen besser wäre. Aber gut. Das ist halt kein PC-Spiel, ne? Also... Hä? Es ist schon ein PC-Spiel. Ja, ja. Aber wir spielen es jetzt gerade nicht am PC. Das ist das Problem. Ja. Die Controller-Umsetzung ist nicht sehr gut gelungen. Ne, die ist ein bisschen suboptimal, leider. Es passt schon. Es geht, ja. Weil hier ist ein kleines Loch. Aha. Jetzt öffnen wir den Sarg mit einem Schlüssel. Da ist offensichtlich ein Mechanismus drin. Das ist tatsächlich eine Leiche drin. Ja. Der 1200 irgendwas eingebaut wurde, wo man mit einem Schlüssel, dass das dann so schön aufslidet. Ja. Das ist toll. Na gut. So, dann nehmen wir da mal die Münze. So, kommt das jetzt wieder über die Statue? Vielleicht können wir es wieder zumachen. Ach ja. Anscheinend nicht. Ja, das würde ich jetzt irgendwie zur Statue bringen wieder, ja. Okay. Warum nicht? Ach ja. Ich meine, bis auf die Sachen haben wir eigentlich alles schon... Ah, wir haben noch so viel zu benutzen. Ja. Ach. Aber ich war... Ah, hm. Ah. Mhm. Ich habe die kleinen Öse des Amuletts geschoben. Und jetzt... Nein. Und jetzt? Aha. Jetzt haben wir eine Kette gemacht. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Das ist wohl so. Aber jetzt brauchen wir doch den Helm von draußen, ne? Eigentlich schon, ja. Ich weiß nur leider echt nicht, wie wir den... Ich auch nicht. Kann man mit dem Stein die Speerspitzen bearbeiten? Also ich kann dir mal sagen, woran ich mich erinnern kann. Ich weiß, dass wir irgendwas durch diesen Kamin durchschießen müssen, dass oben das Ding abfällt. Also abgeschossen wird. Aha. Aber ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall aber ein Mechanismus. Das heißt, unten ist irgendwas wieder passiert. Ja, aber wahrscheinlich ist nur eine der beiden Türen jetzt offen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich brauchen wir halt den Helm noch. Genau. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal hin, weil vielleicht ist unten irgendwas. Können wir das Skeletter untersuchen? Nee. Aber wir können die Tür zumindest untersuchen. Keine Ahnung, wie ich durch das Gitter kommen soll. Ja, gut, okay. Bärspitzen? Nee. Stein? Nee. Na gut, okay. Wir müssen noch irgendwas anderes machen. Aber was? Ich würde jetzt wirklich wieder ins Buch gucken, weil ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wie... Ja, schauen wir in die Lösung. Weil ich... Das ist ja alles ein bisschen bescheuert. Schlüssel. Oh, ich sehe schon, wir müssen wieder zum Pub. Wie lange man sagt, Öffnung, Amulett, Dreieisenkette, Amulett, Kette, dann zurück zum Pub. Aha. Okay, wir müssen zurück zum Pub. Und im Pub sollen wir die Regenrinne benutzen, was? Vielleicht gibt es da jetzt irgendwas Neues. Das finde ich immer doof. Das finde ich halt auch doof. Das macht das Spiel öfter. Das finde ich nicht cool. Das finde ich auch cool. Und plötzlich bei alten Objekten oder alten Orten oder Charakteren, wo man eigentlich schon alles abgearbeitet hat, neue Optionen freigeschaltet werden. Dann finde ich blöd. Das Spiel sollte einem da erlauben, dass man quasi schon Sachen mitnimmt oder macht, die man später erst braucht. Weil da denkt man einfach irgendwie nicht dran. Eben, das ist halt völlig blöd, weil man sucht sich halt dumm und dämlich, bis man irgendwann drauf kommt, dass man eventuell zurückgehen muss und dann neue Sachen zu finden. Ja, genau. Vor allem Sachen, die vorher nicht eben... Jetzt ist die nämlich da benutzbar und vorher war sie nicht benutzbar. Das finde ich doof. Das finde ich doof. Ja, das finde ich auch scheiße. Ich frage mich vor allem, warum. Die Regenrinne war wohl nicht für diese Wassermassen konstruiert. Weiß ich auch nicht. Ich frage mich, warum man das nicht vorher mitnehmen kann. Ja, weil der nimmt so viel unlogisches Zeug die ganze Zeit mit. Ja, eben. Da kann man auch nicht sagen, die wollten halt so ludonarrative Dissonanz vermeiden oder so. Ja. Na gut, jetzt haben wir eine Regenrinne. Aber was jetzt? Ah. Und jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir jetzt runter... Zurück... Wieder runter ins Whiskylager. Und da... Ich wusste doch, dass man mit dem Brett noch irgendwas machen muss. Mhm. Im Whiskylager. Und zwar... Bin ich gespannt. Naja, gut, wir haben jetzt ein paar Sachen mehr, ne? Ja. Bin trotzdem gespannt, was wir jetzt hier eigentlich mit der Regenrinne... Ah, mit der Zange. Die Nägel rausraßen. Die Nägel rausziehen. Okay, und müssen wir jetzt das da stattdessen wieder ran machen? Nö, okay. Wir haben jetzt einfach ein Brett und ein Rohr. Langes Brett. Ja, das ist cool, das Spiel aber. Zwei ineinander gesteckte Stücke der Regenrinne vom Pub. Damit hätte ich also den Grundstock für mein Eigenheim bereits zusammen. Okay. Aber warte mal, ich schau mal, ob wir hier noch irgendwas... Ah, spät. Mit Schraubstock. Welcher Schraubstock? Ja, der Schraubstock da. Ach so. Nein, verrückt. Na gut, okay. Das sind halt echt so Sachen, da würde ich nicht drauf kommen. Ja. Ich habe die Speerspitzen da jetzt eingeklemmt, ohne meine Finger zu verstümmeln. Der ultimative Beweis, dass man im Leben stets dazulernt. So, und jetzt ist Brett da irgendwie drauf. Tatsächlich. Das ist unrealistisch. Mit den uralten, rostigen Stopfen-Sperr-Spitzen haben wir jetzt das Brett gesägt. Ja. Gut. Ja. Na gut. Danach wieder zur Burg. Okay. Jetzt, oh. Nee, den Rest fühle ich mir eigentlich nicht mehr angucken. Nee, so, ja, so krasses Backtracking finde ich auch immer blöd. Ja, das ist echt, vor allem, ja, nee, das ist gämlich. Das war dann in der Burg, was braucht, um hier das Brett zu lösen und dann wieder zurück und, äh, das ist doof. Mag ich auch nicht. Der Raum, der Keller wurde schon durchsucht und sollte somit abgeschlossen sein, meiner Meinung nach, in einem guten Adventure. Na gut. So, und jetzt müssen wir irgendwas damit machen, denke ich. Den Kamin anzünden. Ja, irgendwie. Aber wie, was, wo? Ich meine, das ist hier. Das heißt, wir müssen da irgendwie, also ich, ich hab schon eine Idee. Es ist ja auch irgendwas mit der Kette und dem Kronleuchter. Oh, ich weiß, ich weiß, ja, genau, genau. Ich weiß nämlich schon ungefähr was. Okay, das ist schon mal gut. Brett in den Kamin. Aha. Weißt du nämlich, was es wird? Ja, ein Katapult. Ganz genau. Aber was schießen wir nach oben? Den Stein. Ich wusste doch, dass man irgendwas hochschießen muss, damit dieses Kapper da abfällt. Und jetzt müssen wir nur noch. Die Kette oben lösen. Ganz genau. Ja, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Also ohne rumprobieren kommt man, glaube ich, eher nicht auf die Idee, oder? Da kommst du nicht drauf. Das ist halt schon wieder zu abwegig. Aber jetzt irgendwie konnte er auch so... Kanner, glaube ich, alleine. Der wollte nur nicht, weil er sagte, oh, 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 Kronleuchter. Oh, genau. Piu. Genau. Das wäre jetzt doof, wenn der in den Brunnen gefallen wäre, Helm. Game over. Und Professor Brunnenkerl ist auch noch tot. Na, wunderbar. Okay. Können wir uns das hier noch anschauen? Nee, können wir uns eigentlich nicht. Ein kleiner Hocker. Dass das Ding da runtergefallen ist. Na gut, okay. Interessiert niemanden. Super, er betritt den Raum. Totales Chaos. Und er sagt, ein kleiner Hocker. Den Helm nicht vergessen. Das ist die Switch-Version. Genau, das ist die Switch-Version. Deswegen steuert es sich auch so komisch. Weil eigentlich, wie du siehst, das ist Bewegungssteuerung. Aber irgendwie, ich kann es nicht ausschalten. Das ist das Hauptproblem. Dass man die Bewegungssteuerung nicht deaktivieren kann, ist das eigentliche Problem. So, die nehmen wir mit. Und nun wird sie zum Helm. Genau. Sieht gerade riesig aus in der Perspektive. Ein bisschen zu riesig. Aber wenigstens sieht man es rumliegen. Anders als andere Objekte in dem Spiel. Das stimmt. Eigentlich ist die Switch-Version ganz gut umgesetzt. Bis auf die Steuerung. Die ist ein bisschen, naja. Ich meine, wenn man mit Bewegungssteuerung spielen will, ist es eigentlich ideal. Aber, naja. Wer will das schon? Es gibt Leute, die mögen die. Na, hübsch sieht er aus. Ja, wunderschön. Ich frage mich vor allen Dingen, wie funktioniert das? Ja. Weißt du, du machst da so ein Amulett mit einer Kette, die du einfach so zusammengebastelt hast, legst du ihn um und dadurch wird ein Mechanismus ausgebildet. Geister. Also entweder Gewicht und Druckplatten oder irgendwas Magisches, wahrscheinlich. Naja, aber Druckplatten, da kannst du halt eigentlich auch Steine auf die Statue legen. Hätte man wahrscheinlich machen können, logischerweise. So. Gehen wir an unserem armen Freund vorbei einfach. Lassen ihn da liegen. Ich glaube, ist das nicht irgendwie Skorpion aus Model Compathe oder so, der da mit einem Kinnhaken in die Grube geworfen wurde? Vielleicht. So. Okay. Nehmen wir mal mit. Ach so. Oberlix wird den mitnehmen. Könnte man einen wunderbaren Hinkelstein machen. Tür lässt sich nicht öffnen. Na, super. Nimm mal die Zange vielleicht. Na. Ne. Das einzige, was wir neu haben, ist dieses Brett. Hä? Das Brett haben wir doch nicht mehr. Ne, das ist diese Regenrinne. Ja, ja. Ach, nein. Mach mal die Lupen an. Ist hier drin nix außer Tür und Steine? Ne. Und wir können in die Wand gehen. Auch nicht schlecht. Tür benutzen. Was? Was? Wo? Ja, ich weiß schon. Okay, gut. Ich habe es nicht gelesen, aber mach. Mhm. Das ist auch so. Da kommst du auch nicht drauf. Aber das hat er vorhin tatsächlich erwähnt. Das sind nämlich zwei ineinander gesteckte Rinnen. Genau, hat er gesagt. Ja. Und das ist wichtig, weil? Weil man da was auseinanderziehen muss. Ja. Okay, ich bin gespannt. Und weißt du schon, wie man es auseinanderzieht? Mit dem Foltergerät. Ganz genau. Streckbank. Der Streckbank, genau. Was halt auch echt so sinnlos ist, ey. Ja, okay. Im Endeffekt muss man halt, wenn man das ohne Lösung spielt oder ohne Hilfe, alles mit allem überall probieren. Ja, genau. Okay, aber was jetzt? Mein Gott, nimm's halt. Danke. Was machen wir jetzt mit den beiden Dingern? Ja, das ist eine gute Idee. Was? Eine gute Idee? Gute Frage. Sollen wir die jetzt schmelzen im Ofen vielleicht? Naja, aber ich glaub nicht. Ich guck jetzt einfach da rein. Wir sind eh kurz davor. Danach Regenrinne nehmen, Kaminabdeckung und Regenrinne mit Statue benutzen. Und Regenrinne. Aha. Wofür ist die Regenrinne? Ich verstehe nicht. Amenschienen oder irgendwie sowas. Beinschienen? Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Naja, okay. Okay, keine Ahnung. Aber gut, machen wir. Na, seine Beine sehen ein bisschen nackt aus. Ja, das stimmt. Na, da freut er sich. Ach, na gut. Jetzt ist er hübsch. Ja. So, gleich sind wir fertig. Werden alle Türen in diesem Schloss zentral über diese Statue gesteuert oder so? Ah, ja. Ja. Ja, gut. Aber jetzt können wir sie öffnen. Wie kriegt man denn die Tür zur Speisekammer auf? Ah, da musst du hier der Statue den Anal-Dildo hinten rein stöpseln oder so in der Art. So funktioniert das wahrscheinlich. Sie haben einen Weg gefunden. Vielen Dank. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ich denke schon. Aber mein linkes Bein tut höllisch weh. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Das wäre nett. Alleine würde ich es kaum in dem Arbeitszimmer schaffen. Sie müssen zugeben, die Geschichte, die Sie mir da gerade aufgetischt haben, klingt wenig glaubwürdig. Erst die Entführung vom alten Wladimir, dann eine geheimnisvolle Verschwörung und schließlich auch noch Gestalten in schwarzen Roben. Ich... Andererseits ist das Ganze dermaßen unglaubwürdig, dass Sie mir so eine Geschichte wohl kaum als Lüge auftüren. Du lädst ihm einen alten Geisterschloss voller Skelette. Also was willst du hier mit Glaubwürdigkeit? Ja, sie hat mir gerade ein Bild aufs Handy geschickt. Ich kann damit aber gar nichts anfangen. Vielleicht sagt Ihnen das ja was. Wenn der uns erzählen würde, dass der in einem Schloss wohnt mit einer Folterkammer und einem echten Skelett... ... ist aber bereits Ewigkeiten her. Wladimir hat mich viele Jahre nach unserer gemeinsamen Tunguska-Expedition überraschend kontaktiert. Würde ich ihm das auch nicht glauben. Wladimir in einem geheimnisvollen Brief, dass er eine sensationelle Entdeckung gemacht hat und meine Hilfe braucht. Er hatte einige Jahre zuvor ein metallisches Bruchstück untersucht, welches in der Tunguska-Region gefunden wurde. Die Kalenko-Expertise sagt Ihnen wahrscheinlich nichts. Nur in groben Zügen. Es geht um außerirdisches Material, oder? Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Was meinen Sie damit? Manuel Perez, der die Expertise gemeinsam mit Wladimir erstellt hat, entdeckte genau dieses Symbol eingraviert auf der Oberfläche des Bruchstücks. Sie meinen, auf dem Bruchstück befanden sich Zeichen? Wladimir war sich nicht ganz sicher, da die Oberfläche insgesamt stark geschädigt war. Bei seinen Nachforschungen ist er dann in den Archiven der Akademie der Wissenschaften in Moskau fündig geworden. Und zwar in einem Bericht über die Forschungsreisen eines englischen Wissenschaftlers, der 1947 auf einer Expedition scheibenförmige Artefakte aus einem unbekannten Metall gefunden haben soll. Dieser Forscher, Evans war sein Name, beschreibt in seinen Aufzeichnungen die gleichen Materialeigenschaften, die auch Wladimir bei dem Tunguska-Bruchstück beobachtet hat. Das allein war schon eine heiße Spur. Aber als er sich dann eine von Evans gefertigte Skizze angesehen hat, muss es ihm den Atem verschlagen haben. Warum? Erzählen Sie weiter. Das Artefakt war überzogen mit unbekannten Zeichen. Und eines davon war genau jenes Symbol, das Paris und Wladimir an dem Tunguska-Bruchstück entdeckt hatten. Puh, klingt spannend. Woher stammen denn die Scheiben? Wo hat dieser Evans sie gefunden? Das war auch Wladimirs Frage. In den Unterlagen der Moskauer Akademie war darüber nichts zu finden. Darum hat er sich damals an mich gewandt. Wladimir hatte herausgefunden, dass Evans vor kurzem verstorben war und seine persönlichen Aufzeichnungen und Tagebücher nun in London versteigert werden sollten. Er bat mich, ihm diese Unterlagen zu besorgen, da es ihm zur damaligen Zeit nicht möglich war, Russland zu verlassen. Ja und? Haben Sie die Unterlagen bekommen? Woher stammen nun diese Metallscheiben? Ich habe Wladimir damals eine kodierte Kopie der Tagebücher geschickt. Die Originale habe ich noch hier. Wirklich? Zeigen Sie her. Einen Moment. Es müsste hier irgendwo dazwischen sein. Das ist auch schön, wie er gesagt hat. Puh, das ist spannend. Ja. Konnte dieser Morangi uns weiterhelfen? Ich würde sagen, ja. Weißt du von einer Expedition deines Vaters nach China? Genauer gesagt in den Himalaya. Er hat vor dem Tod meiner Mutter viele Reisen unternommen. Kann schon sein, dass er auch mal im Himalaya war. Warum? Ich glaube, dass er dort etwas gesucht und vielleicht sogar gefunden hat. Vielleicht ist das auch der Grund für sein Verschwinden. Ich kapiere gar nichts. Ich schicke dir einige Unterlagen aufs Handy. Mach dich sofort auf den Weg. Wir treffen uns in der Wohnung deines Vaters. Zurück in Deutschland. Na nun? Nina noch nicht da? Ich werde sie mal anrufen und hören, wo sie bleibt. Oh, eine Nachricht auf der Mailbox. Na nun, na Nina nicht da. Du hast dich etwas verspätet. Kanski hier. Ich hoffe sehr, dass Sie die Nachricht abhören. Ich muss Sie dringend treffen. Es ist wirklich wichtig. Ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ich werde versuchen, die Typen abzuschütteln und dann ins Museum kommen. Bitte beeilen Sie sich. Ich glaube, Sie sind in sehr großer Gefahr. Ich muss Schluss machen. Da kommt jemand. Ich werde im Museum auf Sie warten. Was will denn dieser Kanski schon wieder? Eigentlich möchte ich dem nicht unbedingt noch einmal über den Weg laufen. Andererseits, die Nachricht klang schon irgendwie wichtig. Aber wenn es eine Falle ist, wahrscheinlich werde ich es bereuen. Aber vielleicht hat er ja tatsächlich Informationen, die uns weiterbringen. Nina ist ja auch noch nicht da und bis zum Museum ist es nicht weit. Also los. Den habe ich schon ganz vergessen, den Kommissar Kanski. Ja. Oh, oh, eine Cutscene. Wir haben die Spur. Wir wissen, wo das Versteck ist. Sind Sie sicher? Die Informationen sind absolut zuverlässig. Sehr gut. Brechen Sie sofort auf. Ich würde Professor Charlois sagen, dass sie die letzte Phase des Projekts vorbereiten soll. In Ordnung. Wenn ich es gefunden habe, was passiert dann mit der Kleinen und ihrem Freund? Tja, die beiden könnten in der Tat ein Problem werden. Kümmern Sie sich darum. Oh, oh. Der Kerl in der Freisprechanlage. Scheiße, das ist doch Kanski. Tod. Klingt wie dieser Barkeeper in Irland. Also hat die gleiche Synchronstimme. Hm. Oh mein Gott. In was für eine Sache bin ich da bloß reingeraten? Entführung war ja schon schlimm genug. Aber Mord? Ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme. Du solltest vielleicht die Polizei rufen. Plötzlich sehr grafisch hier, ne? Die Wunde. Ja, ja. Spiel war bis jetzt so USK 12. Ja, bitte steigen Sie ein. Da steigt er doch gleich mal ein, wenn er so nette Leute kommen und ihm sagen, steigen Sie bitte ein. Ja dann, er hat bitte gesagt. Du sollst hier sein. Vielleicht hat er eine Verabredung, die wichtiger ist. Wieso? Was meinst du? Weißt du das wirklich nicht? Liebe scheint ja tatsächlich blind zu machen. Was? Denk doch mal nach. Dein Vater verschwindet. Max sitzt im Büro nebenan und will nichts mitbekommen haben. Er hatte seine Musik. Wer hat dir dringend geraten, nach Hause zu gehen und dort auf deinen Vater zu warten? Das war Max. Na und? Na und? Schon vergessen, dass man dich dort niedergeschlagen hat? Nein, aber... Und dann dieser Anschlag auf den Zug. Dass der irgendwas mit dir oder deinem Vater zu tun haben muss, ist doch klar, oder? Ja, aber... Dein Vater war nicht an Bord. Und wer wusste außer uns noch, dass du in diesem Zug warst? Ich weiß, das hört sich alles sehr seltsam an, aber... Nina, wach auf. Ich weiß nicht, für wen oder was Max arbeitet, aber er spielt ein falsches Spiel. Und er spielt es auf deine Kosten. Meinst du, wir sollten... Vergiss Max. Ich weiß, dass du ihn magst, aber er hat dich nur benutzt. Und wenn wir jetzt nicht gehen, dann wird er dieses Spiel gewinnen. Und dein Vater wird es verlieren. Vielleicht hast du recht. Und was machen wir jetzt? Die Spur deines Vaters führt in den Himalaya. Und wir haben zumindest Teile des Reiseberichts von diesem Evans. Damit sollten wir in der Lage sein, die versteckten Höhlen dieses mysteriösen Bergvolks ausfindig zu machen. Und dann? Davon kriege ich meinen Vater auch nicht wieder. Ich weiß, aber ich bin mir sicher, dass diese seltsamen außerirdischen Artefakte etwas mit dem Verschwinden deines Vaters zu tun haben. Ich gebe zu, wir werden deinen Vater höchstwahrscheinlich nicht im Himalaya finden. Aber wir haben zumindest wieder eine Spur. Ja, ich weiß, es ist nur... Ich bin so unendlich müde. Willst du deinen Vater etwa aufgeben? Nein, du hast recht. Brechen wir auf. Also das wäre ja ein cooler Plottwist sogar, was Derek gerade gesagt hat mit Max und so. Aber wir haben den gerade gespielt und wissen als Spieler, dass es nicht so ist. Ja, ganz genau. Das ist das Blöde dran. Außerdem wissen wir, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ja, und außerdem macht sich dieser Oleg damit jetzt für uns als Spieler schon verdächtig. Also sollte das ein Plottwist sein, dass er da böse ist, wurde das gerade mehr oder weniger verraten. Hätte man das ein bisschen anders geschrieben, könnte das irgendwie sogar noch so cool, ne, so, so, ähm, Zweifel im Spieler streuen. Aber so ist es relativ... Ob der Oleg der böse ist oder nicht, werden wir wohl herausfinden müssen. Ja, ich gehe davon aus, ne. Okay, na gut. Ah, in ihren Jäckchen ist sie da irgendwo auf dem Himalaya an. Ich habe mir bei ihm schon gedacht, warum er eigentlich keine Regenjacke mitnimmt, wenn er irgendwie nach Irland fliegt. Und überhaupt kein Gepäck dabei ist. ...und unbekannt sind. Ohne die exakte Beschreibung aus Evans' Bericht findet hier keine Menschenseele hoch. Aber sie... ...wollen wir hoffen, dass du recht hast. Wir befinden uns nämlich im Grenzgebiet und ich möchte ungern Bekanntschaft mit übernervösen Patrouillen machen. Ich bleibe lieber am Eingang und halte die Augen offen. Sag Bescheid, wenn du was gefunden hast. Genau, aber sie wandert jetzt in ihrem Lederjäckchen durch den Himalaya. Ja, genau. Sehr gute Idee. Also, vor allem, sie hatte gerade die gleichen Klamotten in Kuba an. Ja, ja, genau. Das ist so dumm. Aber ich meine, warum ist dein Kuhschädel drin? Man müsste halt extra ein neues Charaktermodell extra machen dafür. Ja, das ist schwierig und anstrengend. In welchem Spiel war das? War das Phantasmagoria? Nee, Kings Quest, oder? In irgendeinem Spiel war doch gerade das Besondere, dass wirklich die Figur immer passend die Kleidung anhatte und ganz oft sich umgezogen hat. Ich weiß nicht mehr, welches das war, aber... Ich weiß es nicht. Aber ich... Wollen wir hier vielleicht Schluss machen. Ach so, ja, klar. Können wir gerne machen, wenn du willst. Genau, weil es ist jetzt 20 Uhr. Das ist eine gute Zeit. Wir haben jetzt im Prinzip drei Stunden mit einem paar kleinen Aussetzern gestreamt. Genau. Wir sind auf der Zielgeraden. Zu viel kann ich sagen. Es ist nicht mehr viel. Bam, bam, bam. Und dann wird sich, Spoiler, gar nichts auflösen. Cliffhanger für Zweiten, oder wie? Ach so. Ah, wer weiß. Dann bin ich gespannt. Eine kurze Frage kurz. Hast du jetzt noch vor, aufzuräumen hier heute? Eventuell würde ich kurz sagen, ja, dass die Katzen... Weil wenn du jetzt noch sauber machst, würde ich vielleicht noch ein bisschen Mario 64 weiter streamen. Ach so, okay. Eine halbe Stunde oder so. Okay, na gut, dann machen wir das so, ja. Dann wechseln wir jetzt nur kurz auf Mario 64. Dann kann ich jetzt wirklich eine halbe Stunde schnell noch das Chaos der Katzen beseitigen. Und damit auch die Katzen. Dann machen wir das. Nee, aber ja. Okay, speichern. Ne? Überschrappeln. So, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Und dann, glaube ich, beim nächsten Mal werden wir das Finale sehen, denke ich, vom ersten Teil. Und ich bin gespannt, ob wir dann noch Zeit haben für den zweiten Teil oder ob wir das dann danach machen. Also grundsätzlich machen wir den ziemlich sicher, nur ob wir im nächsten Stream schon anfangen, ist die Frage. Genau. Mal schauen. Genau. Na gut. Übrigens, ich hab mir den Trailer für den dritten Teil mal angeschaut. Wie gesagt, ich hab den ersten Teil schon mal gespielt, den zweiten noch nicht. Und der dritte ist ja, glaube ich, weiß nicht, der neu. Vor kurzem für die Switch ist der erschienen. Für die Switch, aber gab's den, wahrscheinlich gab's den vorher schon. Der ist jetzt nicht super neu, aber neuer. Okay. Auf jeden Fall hab ich den Trailer dazu gesehen und ohne Scheiß, also ich weiß ja nix, aber der Trailer hat darauf hingedeutet, dass das ganze Spiel wird wie Fahrenheit. Aha. Also ich hatte echt so Fahrenheit-Vibes durch den Trailer. Aber wie jetzt mit Quicktime-Events oder einfach? Nee, 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 nee. Von der Stimmung her, von dem, was man da so gesehen hat, da war viel übernatürlicher Shit dabei. Aha, bin ich gespannt. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Das ist der anscheinend erschienen, der dritte. Ja, ich bin echt gespannt, wie das noch ausgeht. Ich meine, es sind ja übernatürliche Elemente dabei, hat man ja schon gesehen. Und ich glaube, es wird noch ziemlich abgefahren. Wir haben da noch das Spin-Off mit dieser Reporterin. Genau, das haben wir. Und den dritten Teil habe ich noch nicht gekauft, aber den kaufe ich auf jeden Fall auch noch. Aber gibt's sonst noch einen, oder sind das die vier? Nee, nee, es gibt die drei Hauptteile. Es gibt diesen Laura Evans, ich weiß nicht, keine Ahnung, das kann ich die falsche Namen sagen. Ja, mit der blonden Journalistin. Genau, so ein blondes. Und dann gibt's noch zwei Secrets, Spin-Offs, wie auch immer, die so ein bisschen, die Figuren sind so ein bisschen asiatisch angehofft. Die Lost Horizon? Ja. Gehören die in die gleiche Welt? Die gehören dazu? Ach. Auf jeden Fall, warte mal, ich hab ja schon gespeichert. Wie kommen wir denn? Ja, aber das würde mich interessieren, ob die in die Geheimakte-Welt gehören. Abbrechen, nicht speichern. Oder ob das Standalone-Kapitel sind. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall hier bei Fragezeichen, sind die nämlich dabei. Ja, das weiß ich, genau. Und ich weiß nicht, ob die, also ich weiß nicht, ob die in der gleichen, weil ich glaube, die sind von den gleichen Entwicklern und die sollen auch gar nicht so schlecht sein. Aber ich glaube nicht, dass die zur Geheimakte-Welt gehören. Ich weiß es auch nicht. Aber das weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht spielt es ein bisschen rein, vielleicht gibt es Andeutungen oder so. Ich möchte mir mal die Bilder dazu ansehen im Shop. Fahenheit schreibt viel zu alt. Habe ich Fahenheit nicht sogar auf dem Kanal schon gespielt? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ja, es ist auf jeden Fall asiatisches Setting. Und das sieht schon sehr... Das soll sogar gut sein, dass er gute Wertungen bekommt. Zumindest der erste, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin gespannt. Und also wenn, dann würde ich die tatsächlich auch gerne machen. Ich glaube, das ist irgendwie Nazi-Offizier im Hintergrund, oder? Möglich. Ja, ich glaube wirklich. Eine meisterliche Hommage an klassische Abenteuerfilme. Ah. Ich bin gespannt. Ich habe es auf jeden Fall schon mal auf meiner Wunschliste. Ja. Und wenn es ein bisschen billiger wird, werde ich es vielleicht auch mal kaufen. Jetzt haben wir eh erst mal drei Geheimakten und ein Spin-Off. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und Black Mirror wolltest du ja auch noch machen. Black Mirror werden wir auf jeden Fall, glaube ich, auch noch spielen. Weil ich kann mich... Ich habe da auch sehr gute Erinnerungen. Na gut. Also ich weiß nichts mehr von dem Spiel. Aber ich weiß, dass es irgendwie cool war. Das positive Erinnerungen dran. Ja, ja. Okay. Also, na gut. Dann werde ich euch jetzt alleine lassen. Und der Sebi macht noch ein bisschen weiter, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, dann machen wir das so. Genau. Du wirst wahrscheinlich umbauen müssen. Ich muss meine Switch schnell holen. Ich muss gar nicht viel umbauen, nur meine Switch muss ich schnell holen. Na gut, dann sage ich schon mal auf Wiedersehen. Und ich bin gleich wieder da.